Die Top 5 kabellosen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Ich habe die JBL Wave 200 TWS True Wireless In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer in schwarz gekauft und ich bin wirklich zufrieden mit ihnen. Sie sind sehr bequem und passen sich perfekt an meine Ohren an. Die Musikqualität ist hervorragend und das integrierte Mikrofon macht es einfach, Anrufe entgegenzunehmen. Das Ladecase ist sehr praktisch und bietet bis zu 20 Stunden Musikstreaming. Ich kann diese Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem guten Kopfhörer ist. Ich bin begeistert von den IKG-Bluetooth-Kopfhörern. Der Klang ist einfach fantastisch mit einem tiefen Bass und tollen Stereoklang. Ich kann diese Kopfhörer für jede Art von Musik empfehlen. Besonders für den Sport sind sie perfekt, da sie wasserdicht sind und einen hervorragenden Halt im Ohr haben. Die Akkulaufzeit ist auch erstaunlich, mit 37 Stunden kann ich tagelang ohne Aufladen hören. Die Bluetooth-Verbindung ist stabil und die LED-Anzeige zeigt den Ladestand deutlich an. Zusammengefasst, ein großartiges Produkt für jeden, der auf der Suche nach kabellosen In-Ear-Kopfhörern ist. Dieser Bluetooth 5.3-Kopfhörer ist wirklich ein Top-Produkt. Der Klang ist hervorragend und die Noise-Canceling-Funktion funktioniert super. Das für mich wichtigste Feature ist, dass er wasserdicht ist, was ihn perfekt für das Laufen an regnerischen Tagen macht. Die Akkulaufzeit ist auch wirklich beeindruckend. Ich kann ihn mehrere Stunden am Stück nutzen, ohne ihn aufladen zu müssen. Und das HD-Mikrofon macht Telefonate wirklich kristallklar. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Kopfhörer und kann ihn nur empfehlen. Ich habe mir die Bluetooth-Kopfhörer gekauft und bin absolut begeistert. Die Verbindung ist stabil und die Tonqualität ist hervorragend. Die LED-Anzeige für den Batteriestatus ist sehr praktisch und die 40 Stunden Spielzeit sind wirklich beeindruckend. Auch die Wasserdichtigkeit der in ihr Kopfhörer ist ein großes Plus für alle, die gerne beim Sport Musik hören. Die mitgelieferten Mikrofone funktionieren einwandfrei und ermöglichen klare und deutliche Telefongespräche. Das ansprechende Design in Weiß rundet das Gesamtpaket ab. Ich kann diese Kopfhörer definitiv empfehlen. Ich habe mir aufgrund der guten Bewertungen und der vielen positiven Eigenschaften die Casho Bluetooth-Kopfhörer gekauft und bin seitdem begeistert. Die Klangqualität ist fantastisch, der Bass kommt schön tief und die erste PX7-Wasserfestigkeit macht die Kopfhörer ideal fürs Training oder Reisen. Die LED-Anzeige ist sehr praktisch und die Akkulaufzeit ist mit 37 Stunden unschlagbar. Auch das schnelle Aufladen über USB-C ist super. Ich würde diese kabellosen Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Produkt ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.